Alleinerziehende Schlachtquink zu einem Mann 50 Jahre alt, setzte eine junge Frau zu heiraten. Seine beiden Söhne, Sohn erneuerbare Angst vor ihm, nehmen sie ihn betrunken, ging heimlich seine Hoden zu schneiden, und dann setzten das Pulver. Vater gefunden nüchtern, krank Entschuldigung nicht die Sache erwähnen. Nach einer langen Zeit der Wundheilung nach und nach, ein Tag, er und seine Frau lagen, Krankenspalt, Blutungen und starben bald darauf. Seine Frau kennt den Grund, die, den offiziellen Bericht, offizielle Verhaftung seiner beiden Söhne, wirklich eine Qual zu beichten. Exekutiv überrascht und sagte ich werde heute alleinerziehende Schlacht dann die beiden Söhne ausgeführt. Es Zichwan Bezirk Wang, Frau seine Frau mehr als ein Monat scheiden zu lassen, Ehefrau des Vaters auf der offiziellen Berichtet. Damals Richter Es Zichwan Xingong, fragte Wang, warum Nachweisbarkeit? Wang antwortete der Grund kann nicht sagen, Xing Öffentlichkeit Erinnerungen wiederholt. Wang antwortete, weil sie keine Kinder haben kann, Xing Öffentlich sagte ich habe gerade über einen Monat absurd neue Frau heiraten, wie sie wissen, sie können keine Kinder haben. Wang käufe eine lange Zeit wurde die Öffentlichkeit Sim gesagt, ihre Mushi sieht voreingenommen Xing Öffentlichkeit hören, lachte, dass die Vorspannung des Schadens ist und der Grund für die Familie A fehlt. Und dies kann sein Allliner zu Ende schlachten und passen Gang. Und dies kann sein Allliner zu Ende schlachten.